Die Fleischhauerei Rumpel ist ein alteingesessenes Feinkostgeschäft im Herzen von Wien-Hitzing. Familie Rumpel führt das Geschäft schon seit über 100 Jahren und das mittlerweile in dritter Generation. Nachdem Christian Rumpel den Betrieb 1980 von seinem Vater übernahm, hat er das Angebot schrittweise erweitert. Dabei achtet Fleischermeister Rumpel persönlich auf die Herkunft der einzelnen Produkte. Qualitätskontrolle ist bei Rumpel seit eh und je Chefsache. Von frischen Fleischspezialitäten aus Österreich bis hin zu exklusiven Käsesorten aus den entlegensten Winkeln Frankreichs gibt es hier alles, was das Feinschmeckerherz begehrt. Christian Rumpel führt sein Geschäft mit Leib und Seele. Er kennt die meisten seiner Kunden beim Namen. Für ein kleines Schwätzchen hat er immer Zeit, für einen Extrawunsch immer ein offenes Ohr. Denn wenn es eines gibt, was Christian Rumpel vielleicht noch wichtiger ist, als das beste Fleisch weit und breit anzubieten, dann sind es rundum zufriedene Kunden. Zucker 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 Sünder